Servus und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich dir die Erweiterung Constance Bundle von der Firma Trilobit vor. Nach der Installation des Bundles hast du im Backend einen neuen Menü Punkt und kannst hier Konstanten definieren, welche du später wieder über Insert Tags einfügen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt kurz. Dazu wechseln wir jetzt ins Backend und wenn wir die Erweiterung installiert haben, dann findest du hier links im Menü einen neuen Punkt und zwar unter dem Bereich Trilobit gibt es einen Eintrag Konstanten. Ich habe jetzt bereits ein paar Konstanten vorbereitet und so kannst du das dann selbst ebenfalls nutzen. Die einfachste Variante ist einfach, dass du eine neue Konstante anlegst und zum Beispiel hier deinen Firmennamen speicherst. Das heißt, wenn ich hier das mal auf Bearbeiten gehe, dann siehst du, das Ganze ist relativ einfach gehalten. Ich gebe eine Bezeichnung ein, mit der ich dann später das Element abrufen kann und vergebe hier einen Wert. Das gleiche habe ich jetzt zum Beispiel für die Telefonnummer gemacht oder auch für meine Öffnungszeiten. Der Vorteil an den Konstanten ist, dass ich das Ganze eben jetzt zentral nutzen kann und wenn sich später zum Beispiel einmal die Öffnungszeiten oder die Telefonnummer ändert, dann muss ich das nur an einer einzigen Stelle ändern und an allen Stellen an meiner Webseite werde das nun geändert. Ich möchte dir natürlich jetzt auch zeigen, wie das Ganze dann im Praxiseinsatz aussieht und zwar gehst du hier einfach in die Artikel und erstellst zum Beispiel ein neues Inhaltselement. Ich habe das jetzt bereits vorbereitet und dazu habe ich jetzt dieses Textelement erzeugt. In diesem Textelement verwenden wir jetzt die Konstanten genauso wie Insert Text. Das heißt, ich habe hier jetzt die zwei geschweiften Klammern, dann das Wort Konst für die Konstante, dann zwei Doppelpunkte und anschließend meine definierte Bezeichnung, in dem Fall Firma oder auch die Öffnungszeiten. Wenn ich mir das Ganze jetzt im Frontend dann sehe, dann sieht das so aus. Ich habe jetzt eben meine Konstante ersetzt durch Contao Academy und bei den Öffnungszeiten haben wir jetzt eben hier diese Öffnungszeiten. Und wenn ich jetzt diese Öffnungszeiten auf mehreren Seiten verwenden würde, dann könnte ich später einfach zentral diese Daten ändern. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Konstanten, gehe dann auf meine Öffnungszeiten und stelle dann zum Beispiel ein, ich habe ab sofort nur noch bis 16 Uhr geöffnet. Ich speichere das Ganze, wir gehen zurück ins Frontend, ich lade das Ganze neu und wie du siehst, wird jetzt hier der Wert geändert. Und egal, wo ich diese Konstante jetzt verwendet hätte, werde eben dieser Wert jetzt geändert. Neben den einfachen Werten, wie du das jetzt gesehen hast, kann ich auch ganze Insert Tags hier wieder verwenden. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Inhaltselemente vorbereitet, die ich wieder verwenden will. Und zwar in dem Fall zum Beispiel einen Hyperlink oder auch den Text für den Ansprechpartner. Das heißt, ich kann das genauso wieder für meine Konstanten verwenden. Das heißt, ich gehe hier jetzt, definiere zum Beispiel eine Konstante YouTube und füge dann einfach per Insert Tag dieses Content Element ein. Und anschließend kann ich das Ganze wieder mit Konstant, Doppelpunkt, Doppelpunkte YouTube verwenden. Das gleiche gilt natürlich auch für zum Beispiel Ansprechpartner. Das heißt, wenn sich immer wieder mal die Ansprechpartner ändern, dann muss ich diese nicht auf der kompletten Webseite ändern, sondern ich ändere einmal dieses Inhaltselement und habe das hier dann sofort geändert. Natürlich kann ich nicht nur Insert Tags für Inhaltselemente machen, sondern ich kann auch Module oder jeden beliebigen anderen Wert hier als Insert Tag inkludieren. Sehen wir uns das mit dem Ansprechpartner ganz kurz an. Das heißt, ich würde hier jetzt ein neues Textelement hinzufügen und ich könnte jetzt die weitere Konstante einfügen, also die zwei geschweiften Klammern gleich wieder zu machen. Dann Konst, zwei Doppelpunkte, Ansprechpartner und ich speichere das Ganze. Nachdem ich jetzt das Frontend neu geladen habe, siehst du, jetzt wird jetzt mein Inhaltselement eingefügt eben mit ihr Ansprechpartner, mit diesem Bild und mit den Daten, die dazugehören. Je nach Einsatzzweck machen eben diese konstanten Sinn, gerade zum Beispiel für einfache Textpassagen, wie jetzt eben zum Beispiel die Öffnungszeiten, denn dann muss ich das einfach nur einmal ändern und ich muss es nicht an zig beliebigen Inhaltselementen korrigieren. Um die Erweiterung sinnvoll zu nutzen, kannst du natürlich jetzt hier deine Kreativität freien Lauf lassen und wenn du das bei der Konzeption deiner Webseite berücksichtigst, dann hast du hier sicher einen Vorteil, wenn sich später einmal wieder Daten ändern sollten.